so jetzt können wir uns also mal umgucken betrachte vielleicht haben wir jetzt mal was auf deutsch so jetzt krieg ich hier noch mal drauf ok also doch kein deutsch ja also ich habe das spiel auf dem neuen computer hier auf den anderen den ich vorher noch nicht nutzen konnte runtergezogen und ja und er ist nicht angesprochen gucken wir uns auch mal um aber irgendwie haben sie es nicht geschissen gekriegt alles auf irgendwie auf deutsch zu übersetzen also ich weiß auch nicht also und das aber hätte man noch gleich das ganze spiel auf englisch machen können als let's play hey clown nick just thinking about luke just there's no way he's gone that he left how about because me i known him for damn near 20 years now and i can't buy it why wouldn't he help us before we got here i don't know i just know he's out there still he's smart smarter than me testen ok da geht's nicht weiter sehr interessant jetzt muss das ganze spiel auf englisch und müssen gucken was müssen wir machen was müssen wir wie machen wie ist die handlung werdet ihr also die die jetzt englisch können von euch ihr werdet ja bestimmt verstehen was da und was es da geht weil ich sage ich kann es euch nicht ich habe halt ich mit englisch ich bin halt da nicht ich bin eine Null Kuhl mal gucken weil wir was abmachen können auch machen können hey Klam Kamal Tom Bielakten siehe in der Unabendung Regie das Brau X Haken Erwerbexel sieht Wachinger an Tatsching everything Ja, hat Angst in unserem Leben, weil ich habe, so wie ich es mitgekriegt habe, ging es dann halt darum, wenn er denen hilft, wird er getötet und falls wir irgendwas machen, weil er auf uns aufpassen soll, wird er auch getötet. Also, deswegen ist er so pissig drauf. Ist mir aber auch egal. Feige, stummel, Schwanz da. Es ist ja nicht verboten, dass wir uns mal umsehen können. Oh, hier ist ja ganz schön was los. Oh, Stacheldraht. Ja, sehe ich genauso. Seil, Kran, kommen wir auch nicht dran, das ist zu hoch. Muss wir irgendwie über das Dach abhauen können, aber ist auch nicht möglich im Moment. Vielleicht müssen wir uns Hilfe suchen oder was, ich weiß ja nicht. Moment, wo willst du denn eigentlich hin? Wie nett, die Kleiner hertapst. Oh, das Feuerchen. Ja, genau. Überall zwischen den Stühlen kann sie ja mal da gehen, sie sehen. Naja. Und was der jetzt noch mal jetzt? Komm, wir müssen mal quatschen. Wieder alles auf Englisch. Geil, ey. Okay, was passiert jetzt? Dad! Alright, go the fuck to sleep. I'm shooting the first one of y'all I see wandering around before sunup. Troy, where's Alvin? Everybody get to bed. Some of these folks ain't too keen on leaving. It's up to us to figure out a way out of here. You up for it? It's your decision. I'm ready. Of course I am. Good, good. Confidence is good. You gotta have the right attitude. Die Erinnerung ganz oben links, ja, wie ihr seht, äh, die sind auf Deutsch. Es ist so failed von denen, das zu übersetzen und nicht mal richtig zu übersetzen, ne, ja. Hey, du Arsch. Don't kick me. It's rude. Get up. Bill's gonna have a word. Das ist alles wie dieser. There's been increased walker activity along the fence, so be mindful when outside the walls. Megan. The herd moved a little closer as of this morning, but that still doesn't necessarily mean we'll be here. No, we're monitoring the situation. Now, there are some folks might be sore about what happened and how things went. Well, that's all in the past now. Some of you are new to our community. Some of you are members who went astray. But know that you can find redemption here. Forgiveness. By proving your worth through what will undoubtedly be hard work. Reggie, you're nearly back in. Keep following the path and we'll welcome you back with open arms. How'd you sleep? I'll let Reggie be an example to you all. I was so tired. Salvation is available, but I didn't even realize that I'm going to shut up. Well, you don't have to be rude about it. Michael will continue on showing you his value. Carlos! Yes? Your child seems to be in need of correction. Ah, dein... Dein Gelaber ist auch nicht zu aushalten. Sarah, I apologize to Mr. Carver. I'm sorry, Sir. No, no. That ain't gonna cut it. I can't have this kind of behavior on day one of your reform. You discipline her now, Carlos. How do you propose that I... One good smack across the mouth should do it. It'll make her think twice before opening it up again. Go on, we'll wait. My... I'm not sure with my hand that I could... Well, that's why you got two hands, Carlos. Come on! Not some namby-pamby thing, all right? A good hard smack. Otherwise, Troy here will do it for you. I don't think you want that. He can be... Overzealous. Is that the word? If it means I'll slap the shit out of her, then yeah. Go on, Carlos. Just get it over with. Ja, und? Wie geht's jetzt weiter? I'm sorry, Dad. I'm sorry. Close your eyes, honey. It's only going to sting for a second. Oh, er soll ja, glaube ich, eine runterhauen, oder wie habt ihr das verstanden? Aus Respekt, dass ihr den Mund halten soll. Oh, Mann. I'm sorry, Sarah. Stopp! You're not coddling that girl anymore. Better sit there. Think about what she's done. Ja, so sie nicht entschuldigt. Sie soll merken, dass er was falsch gemacht hat. Wenn sie jetzt entschuldigt, dann hat es sich geholfen, der Backpfeife. Ganz geil. Tolle Erziehung. Der Typ hat echt nicht in meine Tasche entspannt. Everyone get to work. Oh, wir sollen irgendwie jetzt irgendwo bearbeiten, irgendwas? Ja. Ja. Du hast irgendwas abgerissen. Ja, guck, frei. Hm, die hat ja gar keine Ahnung, hat die. Ah, die kennen wir doch irgendwoher. Für uns ist das ja nichts Neues. Der liebe Lee hat uns ja, was ja schon gezeigt. Ich war nicht wahr, als ich sie gesehen habe, in der Lodge. Und ich habe eine Wichtigkeit, die ich nie hätte erwartet, von einem Gruppen von anderen. Aber jetzt die Leute sind tot. Und ich kann nicht helfen, aber fühle mich zu schuldigen. Aber der Plan war, dass niemand getötet wurde. Ich wirklich glaube, das war die Intente. Das ist, weil es deine Schuld. Du sie zu uns ledst. Wenn ich es verletze, würde ich. Ich versuche dir. Und ich sollte dich jetzt glauben. All I know about you, ist that you're a liar. I understand you're mad at me. And you've got every rat to be. But I wanted you to know, I regret my partner all this. I apologize. Which don't account for much, but it's all I can offer right now. Ich würde das ja gerne irgendwie zwischendurch übersetzen, aber... Und mir fehlen da eigentlich die Kenntnisse. Um... We're safe here. We got power, we got food. But you attacked them instead? Hey, I didn't attack anyone. Bill did all that. I didn't want... I wasn't expecting any of that to happen. I just wanted everyone to be safe. Out there ain't exactly all flowers and rainbows. I justified not going by telling myself it's easier to try and change something that's broken than start all over. Take this situation with the herd? That's the type of thing that rips a community apart. He keeps things in line. He's got a lot of this stuff figured out. Nobody's safe here with Carver around. You're safe if you stay on his good side. I would if I knew where it was. I mean... It ain't easy keeping a group this big fed and protected. I don't envy that position. Figured that'd make anyone a little stressed. I'm not defending what he did. That was... Um... Yeah. Hey, crazy. Groosty. GP crazy. He's crazy. He killed Walter. Only to protect his own people. Kenny could have killed us all. But he didn't. Bill overreacted. He was in the heat of the moment and he overreacted. Luke had ideas about how things should go, but they didn't line up with what Bill was thinking. They butted heads. Then Rebecca started showing and that only made things worse. Maybe Luke was right about him. I wish he was around, but... I just hope he's safe. Hey Bonnie, is that girl down there? I need to come get her. Yeah, she's here. Okay, I'll be right over. I'm sure it's fine. Oh, almost forgot. I grab this for you. Sie hat was für uns. Huh? What do you think? Sieht doch schick aus, die Jacke. I found it at the lodge, y'all were at. I think it might be for skiing. And wait for no one to be around to get it to you. It's cool. I like it. Well, I'm glad. I thought it was cute, but I didn't know what you think. You better watch yourself. I think some folks might be jealous of that cool jacket of yours. Oh, there you are. That's with the ugly jacket. Tavia! What? Never mind. I'll see you later, Clementine. Come on. Come on.